Ich frage mich jetzt nicht, was mir geht, und ja? Ein Taxifahrer hat sich da drüben an der Straße mitgenommen. Ja, an was ich sagen will, ist, dass... Verbrannt mit sowas hier? Ah, ah. Entschuldigt bitte, aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Herzlich willkommen zurück. Hallo? Entschuldigung? Hallo, was machen Sie da? Entschuldigung. Kann ich mal sehen? Entschuldigung? Robert Ander, ich bin der neue... Tatortfotograf? Mein Gesicht ist zwar auch einer, ein Tatort meine ich, aber solange ich nicht ermordet werde, dann geht es Ihnen das gar nicht so. Guten Tag. Löschen bitte. Wen ist Flemming? Äh. Bis zum nächsten Mal.